Na warte, Corneo, wenn ich dich in die Finger kriege. Nein, Corneo gehört mir. Wie? Bitte. Verstanden. Verstanden. Jetzt zeige ich mich von meiner besten Seite. Let's go down! Jetzt komm her! Komm schon! Du bist hier und ich weiter. Nimm das! Nimm das! Das war's ganz gut. Nimm's nicht persönlich. Erschöne, nimmst du das Gebiet. Mit Erschönen uns auch. Zumindest dich nicht. Damit wär die Suche nach Corneos Kornjuwelen wohl beendet. Und was machen wir damit? Könnte ziemlich lange dauern, bis wir nen Käufer finden. Wir sollten sie Male geben. Die kümmert sich um den Wiederaufbau der Slums von Sektor 7. Die Kümmert sich um den Kornjuwelen. Die Kümmert sich um den Kornjuwelen. Die Kümmert sich um den Kornjuehl zu machen. Der Bringst du das Anbund, das zur Mach-Aft, wird der�� Er ist nicht mehr auf derudiät. Wartet hier kurz. Wird sich das dann alleine klarkommt? Hier ist Leslie. Ich habe eine Nachricht für dich, Corneo. Pauhi? Du kommst allein? Ja. Pauhi? Und wo sind die Täubchen von Avalanche? War doch schließlich deine Aufgabe, diese Belgier zu schnappen. Tut mir leid. Deshalb will ich mit dir reden. Du weißt schon, warum ich mich hier verstecke, oder? Ich habe den Täubchen von Avalanche etwas zu viel vorgesungen. Leider hat das Shinra absolut nicht gefallen. Sie wollten die Platte babababam runterholen und ausnahmslos alles in Sektor 7 mit dem Erdboden gleich machen. Aber diese Belgier haben die Leute gewarnt und die meisten Menschen konnten leider fliehen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Shinra will Midgar aufgeben und ein neues Paradies zum Leben erschaffen. Ursprünglich hätte ich der Don vom Weimar in der neuen Stadt werden sollen. Stattdessen bin ich jetzt auf der Flucht. Leslie. Dabei hatte ich eigentlich vor, dir die Führung meines Ladens in der neuen Stadt zu überlassen. So ein Jammer. Und jetzt zur Preisfrage. Wann legen Schurken wie ich am liebsten alle Karten auf den Tisch? Hä? Die Antwort kennst du doch bestimmt, du Schlaumeier. Wenn ihr wisst, dass ihr gewonnen habt. Bingo. Freu dich nicht zu früh. Ohi. Hier, hier. Wir würden jetzt von dir gerne alles über Sektor 7 hören. Ist er jetzt durchgeknallt? Ohi. Pech für euch. Denn ich schreie hier nicht zum Spaß rum, wisst ihr? Ohi. Ohi. Na, was, Marcolincen? Guten Appetit. Okay. Verdammt. Kümmern wir uns erst mal um den. Stromschlag! Zack! Fasch! Start! Fasch! Fasch! Ich muss doch so keinen Frust erleben! Volle Katz! Auf dem Weg! Bringt mich hinter uns! Und mehr Verfassung! Jetzt gebe ich alles! Volle Katz! Komm! Na, komm! Bringt mich hinter uns! Letzter Sonner! Und mehr Verfassung! Und mehr Verfassung! Und mehr Verfassung! Und mehr Verfassung! Jetzt! Tschüss! Zu nachlässig! Und anziehen! Ich hab genug! Zog dich aus! Nimm's nicht persönlich! Nimm's nicht persönlich! Ja! Bist du okay? Wo ist Corneo? Sorry, ist entkommen. Verstehe. Ich finde ihn schon. Ich hab sonst eh nichts zu tun. Willst du nicht jemanden anders suchen? Hä? Du hast sie doch geliebt. Manchmal merkt man's erst, wenn man jemanden verloren hat. Vielleicht ist es noch nicht so spät. Die Blume steht für... Was wollte sie wohl sagen? Ein Wiedersehen. Wie? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich sollte sie erst finden. Du hast recht. Mhm. Danke. Moment. Hast du etwa dein Versprechen vergessen? Natürlich nicht. Da ist er. Gehen wir raus. Dann sag ich, wie ihr hochkommt. Die Blume steht für die Blume. Die Blume steht für die Blume. Ah, meine Lunge tanzt vor Freunden. Hier entlang. Eine Seilpistole. Schießt das Seil zum Klettern ab und zieht euch daran nach oben. Hinter dieser Mauer liegt Sektor 7. Mit der Seilpistole könnt ihr euch über Hindernisse wie Mauern und Trümmer ziehen. Hat aber keinen Abseilmechanismus. Ist man erst oben, kann man nicht wieder zurück. Bevor ihr hochgeht, solltet ihr alles Notwendige erledigen. Danke. Wir müssen los. Wir suchen auch jemanden. Verstehe. Dann viel Glück. Gleichfalls. Gehen wir. Oh, schön euch zu sehen. Das hier schickt der Racheengel. Das sollte uns beim Wiederaufbau von Sektor 7 helfen. Der Racheengel? Der Racheengel der Slums? Habt ihr ihn etwa getroffen? Nein. Er hat uns die Sachen nur zukommen lassen. So was? Der Racheengel der Slums? Das ist ein wahrer Held. Sein Geschenk werde ich für einen guten Zweck einsetzen. Ach, ehe ich's vergesse. Das hier ist für euch. Könnt ihr sicher gut gebrauchen. Moritz, neunfluss? Das ist ein wenig. Ich freu euch mit. Dann füre dich mal. Das ist auch drin. Nein, das ist doch der Rache und der Rache. Dann spüre dich mit. Das ist doch eine Maschine. Das ist doch eine Maschine. Und es ist doch ein wenig. Musik Ich hab's selbst gesehen. Diese Gardisken von Shinra haben Kon... ...Geos Villa gestürmt. Ha? Au! Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo aufzufinden. Nicht wahr, oder? Haben wir alles erledigt? Wenn wir hier rübergeklettert sind, kommen wir so schnell nicht wieder zurück. Wir wissen nicht, wann wir wiederkommen. Erledige alles, was du noch tun willst. Bist du soweit? Später haben wir keine Zeit, nochmal zurückzukommen. Dreh ruhig nochmal ne Runde durch die Slums. Damit du nicht vergisst, wofür Shinra büßen muss. Wollen wir wirklich los? Ganz schön hoch. Erfreut? Ja... Na, immerhin etwas. Hm. Eris... braucht uns. Zeigen wir dem Teil, wer der Boss ist. Los! Na dann? Jetzt geht's diesen miesen Umweltsündern an den Kragen! Wir holen diese Eris da raus! Und dann nichts wie weg! Los! Hier kann jeden Moment alles einstürzen, Leute! Wo ist mein Papa? Ich hab Angst! Brauchst du mich zu haben? Er ist sicher bald zurück! Schiff Shinra, keine Rindung ist drauf! Hat hier jemand weiter gesehen? Oh! Hab ich's nicht gesagt! Verdammt mich schon wieder! Womit haben wir das verdient? Ob wir hier sicher sind? Der Bereich hinter mir ist lebensgefährlich! Wir müssen da aber rein! Ihr werdet das bereuen! Wir können auf uns aufpassen! Seid auf der Hut! Wenn ich noch mal wieder einf Planet habe. Und dann... Ich bin dran! Nein! Womit! Womit! Er ist auch geflogen! Womit! Wir müssen das befreundet werden! Womit! 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 Wir müssen die Welt kommen! Jetzt wird ausgeteilt. Mit größtem Vergnügen, Digger. Der Feind ist geschwächt. Hier geht das los. Geht bitte. Verständnis das Gebet. Verstummt klar. Na ja. Fuck. Alles Leben. Das kann ich gut. Was? Verstand. 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 Barrett. Mein Wagen. Verstand. Jetzt wird ausgeteilt. Jetzt wird ausgeteilt. Jetzt wird ausgeteilt. Volle Konzentration! Verschwende! Abgezeichnen! Zuhause! Vergiss es! Sehr gut! Keine Komm! Auf den Weg! Sturmschlag! Geht besser! Geht besser! Verletze! Du musst nicht mehr schießen! Okay. Da müssen wir rauf, oder? Wenn da was einstürzt, dann können uns die anderen später vom Boden kratzen. War klar, dass es nicht einfach wird. Ja. Ein Ausflug wird das mit Sicherheit nicht. Ende Gelände. Ob das Seil von dem Rettungstrupp ist? Vielleicht kommt man hier irgendwo hoch. Zeit für unsere Seilpistolen. Zielt auf die Stelle, wo das Seil runterhängt. Fallt bloß nicht runter, hört ihr? Ich verrate euch mal was. Für die Seile braucht man Fingerspitzengefühl, okay? Sobald wir aufgebrochen sind, gibt's kein Zurück mehr. Seid ihr bereit? Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? Wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen. Ein Suchtrupp. Ha! Schollen Sie nur! Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Weiß ich doch. Erstmal wird Aerys gerettet. Schon klar. Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Hey, was ist los? Meldet euch! Der Kerl von gerade! Schnell zum Schindra-Gebäude! Hakt eure Seile da oben fest! Wir nehmen die Flugroute! Dein Versuch ist es wert. Was zu? Seid ihr von Avalanche? Wir haben sie! Wir benötigen Verstärkung! Haben einen ziemlich effektvollen Auftritt hingelegt, was? Wurteis Handlanger! Auf sie! Hoch, Banner! Das war's dann! Da sind sie! Festnehmen! Let's go, Banner! Der Feind ist geschwächt! Na, komm! Ich hab sie! Umzingeln! Na, was ist? Das war's dann! Keine Gnade! Kleine Chance, fällig! Jetzt geb ich alles! Ziel gefunden! Schlaf! Geine Gnade! Volle krass! Komm mit! Kein Problem. Sicher. Nur der Applaus lässt auf dich warten. Dann wird es Zeit für eine Zugabe. Ob wir da irgendwie raufkommen? Mit einer Seilpistole bestimmt. Hoffentlich wird es nicht wieder in Spanis.